Olaf Scholz ist aktuell der beliebteste unter den drei Kanzlerkandidaten. 34 Prozent der Deutschen wünschen sich den SPD-Politiker als Merkels Nachfolger. Das ergab eine Umfrage des ZDF. Im Sommer 2020 hatten die Sozialdemokraten verkündet, Scholz ins Rennen zu schicken. Seitdem hängt die Partei zwar irgendwo im Niemandsland zwischen 15 bis 17 Prozent Zustimmung fest, Scholz genießt jedoch größere Beliebtheit in der Bevölkerung. Im Interview mit Fokus Online erklärt der derzeitige Finanzminister und Vizekanzler, was er sich für die ersten 100 Tage nach der Wahl vornimmt. Das Erste, was in Deutschland wichtig ist, ist eine Entscheidung, die dazu führt, dass viele Bürgerinnen und Bürger mehr Geld verdienen. Ich will, dass der Mindestlohn angehoben wird, schon im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft, auf 12 Euro. Das bedeutet für 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Gehaltserhöhung. Das Zweite ist, dass wir die Weichen dafür stellen, dass Deutschlands wirtschaftliche Zukunft gesichert wird. Und das geht nur, wenn wir neue Ausbauziele festlegen für die Energieerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen, Offshore-Wind, Wind an Land, Solarenergie, wenn wir den Ausbau des Stromnetzes so engagiert vorantreiben, wie es notwendig ist, damit wir ein Industrieland bleiben können, damit Chemieindustrie, Stahlindustrie, Maschinenbau, alles so funktioniert, wie wir das gewohnt sind, aber CO2-neutral. Das größte Umbauprojekt und Modernisierungsprojekt, das Deutschland sich seit langer Zeit vorgenommen hat. Wahrscheinlich hat es eine solche Veränderung, wie sie jetzt notwendig ist, damit wir auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch wirtschaftlichen Wohlstand haben, zuletzt am Ende des 19. Jahrhunderts gegeben. Und genau das müssen wir jetzt schaffen. Und wir haben die Chance, das hinzukriegen. Bis zur Bundestagswahl am 27. September bleiben dem SPD-Bewerber noch rund sieben Wochen. Zu tun ist mit dem Wahlkampf der Corona-Politik und der Flutkatastrophe so lange genug.